Wir feiern heute Christi Himmelfahrt. Was meint das eigentlich? Auf keinen Fall, dass Jesus wie mit einer Rakete oder wie mit diesem Raumgleiter hier hinter mir in den Weltraum gestartet ist. Himmelfahrt ist ein theologischer Begriff und er meint das Gleiche, was wir auch schon an Ostern feiern. Nämlich, dass Gott diesen Jesus von Nazareth nicht im Tod gelassen hat, dass er auferstanden ist und dass er jetzt im Himmel ist, beim Vater. Deshalb feiern wir heute auch Vatertag, aber nicht als billigen Abklatsch des Muttertages, sondern weil Jesus beim Vater ist und weil er dort eine Wohnung für uns bereitet. Das heißt, Gott hat Platz für den Menschen, ein Platz für uns und das gilt es zu feiern. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Gott, Gott, Gott! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!